ARD Text im Auftrag von Funk Du bist der Dicke Nein, ich bin der Pullover-Mann Ich bin Chad Kannst du dir jemand anderes weggehen? Nee Kannst du dir jemand anderes weggehen? Was? Lecken? Nee Bitte nicht Ein bisschen Eis Ein bisschen Eis schlecken Ein bisschen Eis schlecken mit Jason Vielleicht hat er einfach in seiner Jugend zu wenig Eis gegessen Deswegen ist er so böse geworden Er hat zu viel Eis gegessen Vor dem Baden gehen, deswegen ist er getrunken Also, ich bin der Flat Rock Keine Ahnung, wo das ist Ich glaube, ganz im Süden Oh, hier kann man Tommy rufen Echt? Dann bin ich auch da Hä? Im mittlersten Haus davon Nö Doch Ganz im Süden Es ist schon so spät Aber Wir wollen noch eine richtig geile Runde Eine richtig geile, fette, schöne Runde Heute waren echt sehr viele geile Runden dabei Geile Lulus Wenn du sie nicht alle aus Versehen gelöscht hättest Oh Wenn ich sterbe, wird sie gelöscht Alles klar So, der Erste musste dran glauben Ne Der hat sich, glaube ich, nur erschreckt oder ist in eine Falle gelatscht Einer ist doch tot Nö Doch, stimmt Wurde bei mir noch nicht angezeigt So, ich habe jetzt hier erstmal schon mal ein bisschen schön fallen verteilt Das ist gut Sehr gut Ich habe Diffuse Bist du Jason oder was? Hast du gehört? Ja, du hast Diffuse Ja, dann kommst du nördlich von dir hin Nordwesten Kommst du? Nein, ich loote hier erst noch Komm hier jetzt Hallo Oh, der Beste Geh weg, Mann Schubst du nicht Ne Map Na, endlich Also im Nordwesten Dieses einzelne Haus Da wird es wahrscheinlich hin kommen Oder im Nordosten Ich denke da im Nordwesten, oder? Glaube ich auch, aber Du kannst besser einbauen als ich, oder? Ja Definitiv Du kannst gar nicht einbauen Ja Du hast ein Stinkepulli um Und? Nö Vielleicht im großen Haus Hm Ich gucke mal runter Also vorne am großen Haus nicht Hinten am großen Haus auch Doch Oder? Ne Nein Dann kommt es im Osten hin Nein Doch Ah, da Hm, okay Ja Habe ich ihn hier? Ich habe hier Batterie Oh, oh Er war gerade im Norden Okay Oh, einen hat er Ich komme Natürlich hat er einen Habe ich gerade gesehen Stimmt So, ich renne auch mal darüber Ich gucke mal Du kannst ja eigentlich hier weiter irgendwie noch gucken Ich habe halt im Doch, eigentlich habe ich ja geguckt So, ich bin jetzt beim dritten Haus Auf der rechten Seite vom großen Haus weg Okay Und? Ne So, jetzt bin ich hier oben bei dem anderen Haus Und Ich sehe leider auch nichts Hä? Vielleicht bei dir drüben? Im Osten? Ja, aber da bin ich ja eigentlich rumgeirrt Also Hä? Es kommt ja auch nicht hin Nein Ich meine Runden bei dir, wo du gespawnt bist Ja, ich weiß Aber Hä? Ich gucke einfach mal schnell Ist das hier wirklich immer mit der Quadrantenregel? Bei der Map Ja? Glaube Okay Nö, aber Er ist bei mir Jetzt bei mir hier Was? So, bei mir Mach dir Fallen hin Oh, hier kommt sie hin Doch Hier rechts Aber erst bei dir Ja, er ist hier Wo Gas liegt Da hat er jetzt auf Fall hingelegt Naja, das hätt's doof ausgerechnet, oder? Ja Aber wenn er weg ist Dann Geh ich raus Und deaktivier die Dinger Ich guck mal kurz hin Auch wenn ich stört Guck mal, das ist echt hier Geil, bitte Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Echt jetzt? Ja, ziemlich dumm angestellt Richtig dumm, saudumm Dead End Ist er noch da? Wo du ruhig waren bist? Ja Also ich bin jetzt gerade tot Seit drei Sekunden ungefähr bin ich tot Oh, jetzt ist er bei mir Okay Foxy McFoxenberg rennt mit der Batterie Zum Auto Tommy ist auch da Ich werde es leider nicht Der Pausbeckige ist unterwegs Und du Wo bist du denn? Bist du völlig irgendwo nirgendwo Hä, er ist da Ja, er ist natürlich bei mir Ne, er ist da nirgends Doch, ich habe ihn auf der Knoche gesehen Da ist es Ja, das ist es, oder? Das Haus Da ist es Ja, wunderbar Da liegt mein Zeug Hättest eigentlich ausnutzen können Schnell reinlatschen Nein Da kannst du eigentlich die Fuse hinlegen Der wird dich nicht in Ruhe lassen Ist hier schon irgendwas offen? Nö Ich habe hier alles zugemacht Oh, er kommt Er ist drin Hinter dir Er kommt Er macht die andere Tür links von dir jetzt platt Er ist durch Sehr gut Du könntest die Falle jetzt hinten deaktivieren In der Zeit, wo er drin ist Nein Er überlegt Er kommt raus Warte mal, er steht noch da Er kommt raus Er kommt raus Jetzt ist deine Chance Deine Chance Die Fuse einzubauen Na Ich lag schon die Falle vielleicht Aber mehr mache ich nicht Warum rätst du die falsche Richtung? Weiß ich nicht Ich sehe nichts Ich würde das Ding einbauen Er ist beim Auto Er hat einen reinbekommen Er kümmert sich ums Auto Auch Tommy ist da Das ist deine Chance Oh, Tommy Tommy ist so geil Er ist so geil Oh, das Auto ist an Oh Gott Das Auto ist an Oh, oh Hast du die verdrückt? Nein Okay Er ist immer noch bei den Automännern Nein, ist er nicht Nee Nee, er ist bei dir Ich korrigiere meine Aussage Da liegt ja noch eine Knarre Ist ja ganz gut Mach wieder eine Falle hin Äh, die anderen werden jetzt Jawohl Tommy, der große Held der Stunde Setz dich ins Auto Du könntest mit Tommy flüchten Mit dem Auto Wenn du den siehst Irgendwo Hm Versuch mal erstmal Ein anderes Haus zu finden Tommy hat das Auto geparkt Ja, er ist bei dir in der Nähe Oh, hier ist ja schade Ich höre die Mucke Bei mir? Ja, ja, ja Oh, jetzt ist das blaue Auto gestoppt Jetzt sind alle beim blauen Auto Dann gehe ich nochmal zur Flüge Okay, auf 10 Ja, er liegt Oh, Tommy, böse Falle Er hat den Pausberg gegen ihn geniedelt Jetzt ist Tommy böse Jetzt seine Rage Jetzt will er einfach nur abhauen Oh, und da fällt er durch die Map Da fällt Tommy durch die Map So schnell kann es gehen Tommy ist damit tot Selbstmord Ja, Tommy, so schnell kann es gehen Das Auto ist weg Der Auto ist durch die Map gefallen Und hat Tommy verschluckt Okay Finde ich gut Er wollte nämlich alleine flüchten Weil er aus Versehen wen umgefahren hat Da ist das durchaus Wie lange ist es denn noch? 9 Minuten 50 Oh Aber in der anderen Hütte Wo du warst Wo die Fuse hinkommt War doch auch nur eine Knarre, oder? Ja Ist eigentlich nicht so schlecht Okay Okay, die andere ist jetzt hinter dir Ja Double Battle Time Und nicht nur ihr zwei seid da Sondern auch Jazz und Neil Sie sucht jetzt eindeutig Schutz bei dir Oh oh Ja, die andere Auch sehr dumm von ihr Zack Blöd Ich weiß gerade gar nicht, wo ich hin soll Ähm Hm Ich würde wieder zur Fuse rennen Oder wie viele Highsprays hast du denn? Das wollte ich nicht Ja Drei Ja, dann ist doch gut Also dreimal heilen Er kommt rein, ne? Oh, das ist gut Ähm Ja, dann könntest du ja da oben Ins Haus Und runter Was ist denn mit dem hier? Ist das fertig, das gelbe Auto? Oh, er fliegt Ich muss mich eigentlich mal heilen Sehe ich ihn irgendwo vor der Hütte? Nee Ja, er kommt rein Achso Oh oh Meine Güte Da wird eine spannende Rolle hier noch So Ich sehe nichts mehr Links nehmt ihr Da ist er direkt vor dir Könntest du eigentlich anballern jetzt Direkt hinter dir Ruhe im Karton Ja, du siehst Achtung, Falle Sehe sie nicht Es ist nur dunkel Auf dem Fußabdreter Direkt die Falle Da liegt sie Das ist gut Dahinter verstecken Aber nicht zumachen Nee Da kommt er Ich muss mich jetzt heilen Na mach's doch Jetzt auf jeden Fall Er kommt rein Oh, nein Oh Er ist doch wütend Ja, jetzt gerade geworden Jetzt gerade in dem Moment Das ist ja das allerungünstigste, was passieren kann Ja Ja Jetzt sind die schmalte Böller Und dann Wohahaha Fängt ja an so dumm rum zu lachen Sie Ist das gar Auch ärgerlich Ja, die erfolgreiche Runde war es nicht, aber Nee Nicht wirklich Da lacht selbst die Mutter Ja, da lacht immer noch Älter als das Fenster blutig gewesen 1200 Das ist schon echt lame Das ist schon echt gar nichts mehr, ne Na gut War aber ganz lustig hier unten Amüsant Ja, da lacht immer noch Ich bin Ich bin